ja hallo und herzlich willkommen mein lieben ich bin's euer mofusmökel und ihr seht schon hat sich einiges verändert in unserer kleinen minecraft welt und zwar hier sieht es auf einmal ein bisschen weihnachtig aus hier ist ein bisschen schnee und wir haben hier ein schwert das nennt sich snazzy shetty sword und da haben wir ein hübsches pferd jerry the horse ja ich bin hier auf einer weihnachtsmap die habe ich mir gedownloadet den link dazu natürlich in der beschreibung und die möchte ich mit euch jetzt einfach mal hier erkunden das texture pack was ich hier drauf habe bekommt ihr auch in die beschreibung dies ist das texture pack von zags dieses weihnachtstext wir gehen jetzt erst mal ins erste haus die elfenfamilie wunderbar ein kleiner kamin schön ein weihnachtsbaum mit geschenken obendrauf ich hoffe ich bin nicht zu leise oder zu laut ja hier ist von dem hersteller dieser map bei rex martino original steht aber nur mary drin und hier ist sozusagen kleidung und die könnte ich euch auch gleich mal zeigen nämlich wir sehen aus wie ein weihnachtsmann ja so aber wird wieder zurück wir könnten uns mal xp geben das ist doch ein bisschen sehr laut finde ich gerade aber egal das war das war schon dann wollen wir doch mal ins zweite haus gucken das elimner family ich hab keine ahnung was das ist das ist aber egal da ein kiste dieser center kostüm hübsch gemacht so ist interessant hier wollen wir doch mal reingucken ist im ofen was drin nein schade jetzt das ist das letzte schweiz extrem verzaubert so wo ist das vierte haus das vierte haus da ist es das sind die nächste struktur im märz der die 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 Schön gemacht auf jeden Fall, ja. Hallo, was gibt's denn hier an? The Gingerbread Family. Überall hier so kleine Dinge zu entdecken, aber auch sehr schön gestaltet, finde ich. Hier ist der Schneemann. Mä. Ähm, das muss ja jetzt die 6 sein. Oh, The Nameless Family. Also die namenlose Familie. Mhm, interessant. Äh, sehr viele Schallplatten. Also viele Maps. Und das hier ist ganz hübsch. Bodenbeleuchtung. Und gibt es schon was für Essen? Queen, ja, lecker. Lecker Cookie. Gut, den können wir uns aber mitnehmen, denke ich. Hm, haben noch keinen Hunger. So, schön. The Good Old Snowman. Also, der Schneemann wohnt hier. Wunderbar. Ich fülle mich mal an, der hat mich gar nicht schlimm. Hallo, Herr Schneemann. Gucken Sie uns mal an. Oh, äh, ihr könnt es nicht rüberkippen. Das geht mir jetzt gleich. Ähm, ja. So, in der 6 waren wir schon, ne? Oh, hier habe ich die Tür vorhin offen gelassen. Oder wie? Wer wohnt denn hier? Ein Villager. Der Villager. Oh, der hat aber ganz schön viele Emeralds. Ja, das wusste ich natürlich, ja. Nehmen wir uns mal ein paar Emeralds mit. Bisschen Looten hier. So, das war jetzt die 8. Ist auch nochmal eine hübsche Farte hier. Die Influenzfade. Das ist dann eigentlich so. Ich glaube schon, ja. Gucken wir mal. Dann haben wir hier noch die... Wo ist denn die 9 gewesen? War das die 9? Das war die 9. Die Mushroom-Kaufhaus. Oh, hübsch. Da ist natürlich leider nichts drin. Aber schön, dass die Maschum-Kühe hier sind. Also die Kutzkühe. So. Und... Santa Claus und hier im Haus 10. Vielleicht ist er ja zu Hause. Klingt ja sehr schön hier gestaltet. Oh, Koks! Oh, Koks! Das ist gut. Ich entschuldige mich übrigens dafür, wenn die Qualität ein wenig schlechter ist. Ich nehme hier extra für euch sozusagen im kranken Zustand auf. Und auf meinem Laptop. Da zur Zeit, äh, wir bei uns umbauen, also, ja, wir bauen ein bisschen um. Und, äh, ich... Ey, Willi, ich gehe da mal nicht drauf. So, ähm, wir gehen allerdings dahinter mal. Da hinten war was. Es wird doch schön bitter, weil... Ähm, nein, deswegen bin ich nicht in meinem Zimmer und nicht an meinem richtigen PC. Ich muss leider auch in meinem Laptop aufnehmen. Ich hoffe mal, das war jetzt die richtige Richtung. Nein, natürlich nicht. Oder? Nein, da hinten war es. Da habt ihr es auch schon gesehen. Oh, schlecht. Natürlich sehr schlecht von mir, ja. Wunderbar. Das habt ihr nicht gesehen. Ich bin wieder soweit. Ich wusste nicht mehr, in welcher Richtung es war. Hier, das Teil, das sehen wir später noch. So, stehen Winterwald. Ja, kein Copyright. Und da hinten ist es auch schon. Was ist das denn, hm? Oh, da ist ja eine Tür. Jetzt ist noch eine Tür, die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Können wir auch mal hinten hin. Kleiner Aufschluss? Gut, dann gehen wir da am besten nicht hin. Oh, die Geschenkefabrik. Jetzt transfern wir da rein. Dann machen wir hier erstmal das Licht an. Und wollen wir uns die Geschenke mal schon mal weg, die wir schon eingesammelt haben. Oh, wir haben ein Feuerwerksrakete bekommen. Juhu. So, dann haben wir hier, äh, ja, ein Tonnenbomb. Nein, ich weiß es nicht. Und, äh, die Pet Machine. Ich weiß es nicht. Schade. So. Ah, es wäre die Licht. Oh, ich weiß es nicht. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, was da alles schönes drin ist. Was will ich haben. Komm, Kiste, komm her. Oh, schön. Clock, Kompass, Clock, Kompass. Wooten Swords. Und, äh, Horsttreu. Das war ein. So. Na, egal. Das hier vielleicht mal da hoch tun. Sehr schön, übrigens. So. Jetzt mal hier ganz hoch. Ah, hier oben ist nichts. Schade. So, doch. Ja, ähm, da muss ich doch noch wohl mal ganz kurz in den Creative-Mode. Da können wir den nicht doch auch finden. Hier sehen wir uns hier, äh, die schöne Aussicht über das ferne Land und da hinten der Sohr genießen. So. Wunderschön hier. Alles. Finde ich jedenfalls. Die können wir auch noch mal hoch. Guckt euch das mal an. Das ist wunderschön. Hier gibt es noch eine Kiste mit ganz viel Rot und Fleisch. Okay. Gönnigstens. Wir können es nicht. Schall. Mhm. Schön. Aber trotzdem, ja. Und dann würde ich sagen, machen wir doch einmal kurz nackt. Und machen wir hier diesen wunderschönen Schalter an. Jetzt haben wir es nicht gesehen. So, dann können wir jetzt gleich hier rüber gehen. Die Typen ist es fast noch besser, aber da mache ich vorher mal nicht Knight, sondern 20.000. Allerdings ist es richtig schön dunkel. Gehen wir jetzt hier rein. Dann können wir eigentlich hochfliegen. Anscheinend doch nicht. Nein. Ich will da rein. So. Ich hoffe mal, dass die Aufnahme nicht abgebrochen ist oder so. Das wäre jetzt natürlich fatal. Machen wir jetzt hier einmal Firewalk dran. So, schön, ne? Finde ich jedenfalls. Das ist sehr schön. So, und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich und sage, schicke Koffie und haut rein. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsmann. Auch das ist der Weihnachtsmann. Oder wer auch immer wunderbare Geschenke bringt. Und, ja, wir sehen uns in Sylvester wieder. Tschüssi Koffie. Tschüssi. Wunderweihnachten, sagt euch euer Weihnachtsmann. Weihnachtsmann.